Hallo Leute hier ist euer Open Beta und ich habe Probleme gehabt Rocket League auf einen Splitscreen zu zocken und für alle die wissen wollten wie man Rocket League auf zwei Bildschirme zockt aber jeder für sich ist das kann ich euch ganz einfach erklären und zwar habt ihr hier euren ersten Bildschirm und da euren zweiten und jetzt geht ihr hin unter Nvidia Steuerung für AMD Grafikkarten weiß ich leider nicht wie es ist und stellt hier unter der Surround Physik Konfiguration diese mit Surround Überanzeigen verteilen ein so drückt ihr auf übernehmen und ihr werdet hier jetzt sehen dass eure beiden Bildschirme da sind ist klar ja ist eingestellt aktivieren und siehe da der Bildschirm ist wesentlich größer ich würde sagen ich mach mal hier einen kleinen Stopp und guck mal dass ich den Bildschirm ein bisschen größer bekomme soja jetzt sehen wir hier schon jetzt habe ich hier zwei aus zwei Bildschirmen eingemacht nehmen wir mal hin starten Rocket League und wie ihr sehen würdet ist das Bild jetzt in der Mitte wie machen wir das jetzt also am besten wir gehen hin Optionen Video Einstellung gehen dann hoch übernehmen und jetzt haben wir zwei Bildschirme und jetzt haben wir zwei Bildschirme so um das ganze jetzt noch zu Ende zu bringen müssen wir hier die horizontale geteilter Bildschirm Option abschalten dann gehen wir raus ich schalten den zweiten Controller ein starten diesen auch und dürfte das jetzt so aussehen ich gehe mal jetzt auf Training ja so ok und seht ihr da zwei vollwertige Bildschirme ja ich würde sagen das dürfte als Demonstration von diesem ganzen Tutorial reichen ich hoffe es hat euch gefallen ich bin euer OpenBeta bis zum nächsten mal